Moin, willkommen zu Stadtland Crash mit dem Rick, wie auch schon steht. Mordeschönen guten Tag. Und ja, nachdem ich so was Ähnliches mit dem Julien gemacht habe, mit Taylor-Songs-Raten, bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, zu sagen, ey, das wäre mal was, wenn man das eigentlich mal mit Crash-Leveln macht. Und genau das haben wir jetzt heute hier vor. Da wir beide Crash-Experten sind und eigentlich so was hinkriegen sollten, recht problemlos, ist es aber ein bisschen anders. Ja, da machen wir das mal ein bisschen anders, als einfach nur jeder nennt immer was. Sondern wir machen quasi eine Stadtland-Fluss-Version da draus und werden uns jedes Spiel einzeln vornehmen und dann da erst mal alle Level aufschreiben, wo eben auch Bossen dazu zählen, zum Beispiel, oder Hubworlds. Ja, der Rick hat jetzt schon so ein schönes Excel hier vorbereitet, was ich mir mal geklaut habe. Wo wir jetzt also dann Crash 1, 2, 3, CTR, Crash Bash, Saunders Cortex, Nitro Kart, Twinsenity und Tag Team Racing haben, die man jetzt nicht hier alle sieht, weil ich nicht weit genug gescrollt habe. Und ja, das würden wir jetzt dann quasi mal ausfüllen. Natürlich sehen wir nicht das Ergebnis gerade vom anderen erst mal. Korrekt. Ja, ich würde sagen, wenn einer halt das Spiel voll hat, dann sagt er Stopp und dann gucken wir mal, wie viel die andere hatten, ob das alles korrekt ist soweit oder ob man da was doppelt hat. Ja, die Reihenfolge ist an sich wahrscheinlich egal für die einzelnen Spiele. Genau, die Reihenfolge ist egal. Und abspielen wie zum Beispiel Crash Team Racing, wo es dann auch deutsche Bezeichnungen für die Level gibt, haben wir jetzt mal gesagt, ist Mischmasch auch okay. Wenn einem der englische Name halt gerade einfällt und der deutsche nicht, dann ist es auch okay. Ja, ob es dann Hexenmeister und Hexen oder Wizards ist, ist es dann auch egal. Könnte halt vielleicht manchmal ein Vorteil sein, wenn es kürz ist, aber na gut, ich glaube, da kommt es eher darauf an, dass es einem überhaupt einfällt und nicht auf solche Vorteile. Ja, besonders interessant können sowas wie Crash Bash oder CNK werden wahrscheinlich. Ja, ich, boah, also bei CNK und Crash Bash werde ich mich, glaube ich, einigermaßen schwer tun. Auch wenn Crash Bash an sich von der Art, wie die Namen gestaltet sind, halt eigentlich relativ simpel ist, weil es eigentlich immer nur ein Wort, was sich wechselt und danach ist immer dasselbe. Crash Bash ist doch das einzige Spiel, wo die Bosse ja auch wirklich einen Namen haben. Also da kann man eigentlich nicht einfach nur sagen, Komodo Joe und Komodo Moe, sondern da muss man ja eigentlich, weißt du den Namen überhaupt? Das war doch da einfach nur Komodo Brothers, oder? Nee, da war es nämlich tatsächlich Big Bad Fox. Ah ja, das hätte ich nicht mehr gewusst tatsächlich. Ja, das ist, ja, da kann man sicherlich ... Aber ich weiß noch, dass es Papu Pummel und nicht Papu Papu ist. Ja, ja, da kann man sicherlich auch die Bosse selbst durchgehen lassen, weil bei anderen Spielen heißen sie auch einfach nur ... Ist einfach nur der Name des Charakters. Eben. Und ja, kann man sicherlich auch machen. Gut, ich glaube, ich starte auch währenddessen einfach mal immer einen Counter, damit man mal so eine Einschätzung hat, wie lange das eigentlich gedauert hat. Jo. Sehr gut. Habe ich gerade eine Nachricht? Nee, das war dieses Pop-Up hier. Okay. Gut. Ich habe hier noch einen Counter auf dem Handy mit 27 Stunden irgendwas. Wobei, nee, es sind sieben ... Was sind denn das? Doch, das sind 27 Stunden. Kann ich mal resetten. Da habe ich sicherlich wieder irgendwas in einem Crossing machen wollen und den Counter nicht gestoppt. Wobei, nee, das war der Counter gestern, als ich die Pommes reingetan habe. Sind die schon verbrannt? Ja. Oder hast du auf Stufe 1 reingepackt? Minimal. Ach ja, schön. Ja. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch gleich loslegen. Wunderbar. Wenn die Tastatur bereit ist. Jo. Die liegt ready. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Start. Ich habe jetzt schon Probleme. Scheiße. Da ist jetzt natürlich die Sache, gibt es eine Möglichkeit einfach runter zu gehen? Ich weiß es nicht. Boah, scheiße. Weil am besten wäre es ja eigentlich, wenn man einfach sagen könnte, okay, ich mache einen Tab oder so. Also ich gehe einfach nur runter. Wenn man währenddessen auch einfach ... Kann man es einfach nur mit der File-Taste? Oder machst du es mit der Pause? Ja, ich mache es mit der File-Taste. Das funktioniert bei mir nicht. Ich mache es mit Enter. Mit Enter mache ich das. Ah, okay. Ach Gott, 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 Gott. Groß- und Kleinschreibung ist auch egal. Ah, sehr schön. Boah, was kam danach? Was denn schon das? Bestimmt. Boah, die Reihenfolge wirklich, wenn man es irgendwie braucht, mal ranzubekommen. Ich mache das nicht mit der Reihenfolge. Absolut nicht. Ich versuche es gerade, weil es mir, weil mir das wahrscheinlich am besten was bringt. Weil ich sonst dann irgendwas wieder vergesse. Aber das Gute ist, man hat ja die Leiste links, dann sieht man, ob einem irgendwas fehlt. Und man sieht vielleicht auch schon, ich bin nicht gerade der schnellste Tipper unbedingt. Ich muss mal hier ein bisschen scrollen langsam. So, das ist dann. Siebt noch alles nachher. Gut. Das. Wie heißt denn das nochmal? Dann haben wir das. Boah, Junge. War das erstmal das hier? Gott, das ist so wild. Glaube ich schon. Das war das Problem. Man will sich auch nicht zu klar ausdrücken in einigen Sachen. Also ich schreibe die ganzen Namen aus. Ja, ich auch. Aber ich meine jetzt beim Kommentieren hier das Ganze. Achso, ja, ja, sowieso. Das ist das auch, natürlich. Gab das da schon? Gab es noch das? Ich weiß gar nicht, wie es geschieht mit dem mit E, glaube ich. Oh, fuck. So hieß das. Glaube ich, ne? Ja, doch. Was war denn am Anfang noch? Und das. Dann kommt. Das war das, genau. Ich habe noch vier Level. Wir haben aber gar nicht Stormy Center dabei, ne? Glaube ich. Ne, das haben wir nicht. Wahrscheinlich nicht, ne. Was gibt es noch an Bossen? Da fehlt noch ein Boss, glaube ich. Scheiße. Jetzt kommt die Reihenfolge wieder. Ich müsste jeden Boss haben. Da, 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 da. Dann machen wir das. Achso. Okay, du bist dann aber deutlich schneller am Schreiben, glaube ich. Man hört es ja ein bisschen. Zwei Level noch. Oh, shit, 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 shit. Mir fehlt noch viel zu viel, ey. Weil ich nicht so super flott bin. Ähm, ähm, ähm. Fuck. So hieß das. Hab ich denn? Ja, das habe ich aufgeschrieben. Aber das andere habe ich nicht aufgeschrieben. Oh, shit. So von zwei bis 32. Das sind also wirklich 31 jetzt so. Ah, was fehlt mir denn noch? Was fehlt mir denn noch? Und. Das ist halt wirklich mein Kryptonit in der Spiegel, ne? Äh, ja, ich bin fertig. Okay, gut. Dann bin ich sehr gespannt. Würde ich mal sagen, 32 von 32. Ja, dann schaue ich mal in deins rein und gucke direkt mal durch, welches ich vergessen habe. Toxic Waste. Ich habe noch dran. Nee, oder? Oder Generator Room? Ich habe beide nicht. Ich habe irgendeins doppelt aufgeschrieben, offenbar. Aber welches? Das ist natürlich auch eine Gefahr, die vollkommen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, achtzehn, zwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, 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 dreißig, 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 dreißig. Hey. Ja, vielleicht ist es da dann doch besser, nach der Reihenfolge zu gehen. Ich muss den auf jeden Fall mal in einen anderen Tab schmeißen, so. Okay, es ist ja. Fällt aber auch, nee, hä? Wait. Das kann aber auch nicht sein. Ich muss denn ja auch irgendwas doppelt aufgeschrieben haben, weil ich hab jetzt ja gerade mal Pinstripe noch hinzugefügt, den hatte ich nämlich nicht. Ja, hä? Haben wir irgendwie falsch gezählt? Oder so? Hä? Jungle Rollers? Haben wir falsch gezählt? Warum hab ich denn nur Rollings? Ich würd doch Rolling Stone schreiben. Ist denn, da sind wir nicht mehr mit drin. Hä? Wie viel Level, hä? Das wurde nämlich grad auch, hä, was? Sag mal, nicht grad so doof zu schreiben, ja, offensichtlich. Aber 32 war richtig? Ja, eigentlich schon. 26 Level und 6 Bosse. Ja. Es gibt ja auch 26 Edelsteine. Wir können ja mal die Bosse nochmal, ich hebe nochmal die Bosse erstmal hervor, so. Hier hab ich Ripper Roo, hier hab ich Pinstripe, hier hab ich Papu Papu. Genau, den hab ich auch. Koala Kong, Cortex und Prio. Und Kong hier unten. Es ist nicht alles in der gleichen Farbe, aber gut. Okay, wir können ja mal die Level-Arten durchgehen. Insanity Beach gibt's ja eigentlich, oder? Ich glaub, es heißt Beach, oder? Oder heißt es Island? Stimmt. Ich mein Beach. Stimmt, Insanity. So. Dann gibt es Rolling Stones und Jungle Rollers. Genau. So. Great Gate und Native Fortress. Mhm. Könnt ihr die vielleicht auch mal abhaken hier, aber bitte. Genau. Dann haben wir Boulders und Boulder Dash. Genau. Hawk Wild, Whole Hawk. Genau. Upstream und Up the Creek. Hab ich die beide eigentlich? Müsste eigentlich auch hintereinander. Genau. So. Du hast dann Lost City, Sunset Vista, so. Genau. Ich google grad noch. Hä? In the dark. Nee, hä? Oh, wait. Mir fällt nämlich gerade noch was ein. Ich hab Jaws of Darkness auch nicht drin. Hä? Hä? Was ist denn das? Also, ich hab hier markiert bis 34. 34 sollte das letzte ... Hey, ja. Ja, bei mir sind's jetzt auch 34. Du hättest jetzt einen zu viel. Nee, bei dir sind's jetzt 33. Die erste Zeile ist ja ... Du darfst ja nicht mitzählen, wenn du links reinguckst. Ja, stimmt. Stimmt. 33. Du hast jetzt 33. Mhm. Also, am besten ... Zehen die bei dem ... Zehen die dabei einfach ... Äh ... Was nicht mit ... Weil, das ist nämlich auch etwas, was ich vergessen habe. The Great Hall. Das hab ich auch, aber da gibt's kein Edelstein, ne? Deswegen ist da ein Level mehr. Und dann passt das bei mir auch. Dann hab ich nämlich Generator Room nicht und, ähm ... Toxic Waste. Die beiden haben mir nur noch gefehlt. Hä? Aber da ... Zehen die dann Cortex vielleicht auch nicht mit dazu? Hab ich denn noch was vergessen bei dir? Weil in dieser ... In dieser Übersicht ... Du hast jetzt Toxic Waste doppelt drin. Ah. Wo denn das? 21 und 24. Oh. Alles klar. Jetzt hast du es eigentlich an der falschen Stelle rausgenommen. Oh, gut. Ja. Nee, deswegen ... Also, es wäre auf jeden Fall gut, wenn du dir auch so Markierungen setzt, bis wo dann im Dokument du quasi füllen musst. Mhm. Das ist dann 34, 34, 36, nochmal zweimal 34, nochmal 36. Halt immer einen mehr, ne? Genau. Na gut, das kann ich mir, kann ich mir merken. Ja, sagen wir mal unentschieden. Ja. Das war doch mal großzügig. Das war doch ein bisschen wilder jetzt irgendwie als erwartet. Ja, aber wirklich. Das ist aber auch komisch mit den Leveln, also wie die gezählt werden und so. Ja, eben. Deswegen. Ich glaube, ich versuche dann doch ein bisschen mehr noch, mich an die Reihenfolge zu halten. Damit ich mich da weniger verhasple. Also, bei mir war es, glaube ich, schon in Ordnung so. Aber ich versuche mir dann auch so die Optik und das alles vor das Auge zu führen. Und da war es dann bei Crash 1 teilweise gar nicht so einfach. Vor allem bei der dritten Insel, weil da einige Sachen so halt versteckt sind. So Toxic Waste und Pinstripe, die sind halt nicht so prägnant auf der Karte. Ja, da kommt halt auch einfach sehr viel nacheinander so, ne? Die anderen sind ja meistens eher so ein bisschen breiter gefächert. Genau. Okay, ja, wir haben ungefähr so vier, fünf Minuten gebraucht übrigens. Aber der Timer war jetzt dann eh schon ein bisschen weitergelaufen. Mir fällt gerade ein, sollen wir eigentlich, nee, den Prolog zählen wir bei Crash 2 nicht mit rein, oder? Nee. Wir nehmen jetzt die Zahl, die da oben steht. Alles klar. Darfst du gerne anzählen. Okay, dann sag ich mal, starten wir in 3, 2, 1, schräuben. Ich weiß schon nicht, wie das erste Level da ist. Sehr gut. Scheiße. Fuck. Doch, das war's. So. Mal den. Dann kommt dies. Ey. Kommt. Also eigentlich nicht. Eigentlich kommt erst mal das hier. Dann kommt das. Ah, dann. Boah, was kam denn? Dann. Ach nee, sind ja schon. Ähm. Äh. Was gab's denn alles noch? Ja. Wie hieß denn das andere schon wieder? Komm. Oh, Alter. Das. Junge. Äh, dann war... Ja, dann war... Und das. Manchen kann es dann sein, dass ich mich da ein bisschen vertippe. Wahrscheinlich. Alter. Dann kam... Ähm. Wie heißt das? So oder so? Ich glaub so, aber ich weiß es gar nicht. Ähm. Schon. Dann kam... Boah, was war denn noch? Ach nee, war falsche Reihenfolge. Aber egal. Passt trotzdem. So. Zack. Wasser hab ich, glaub ich, alle. Ähm. Um Gott, deswegen. Da werd ich jetzt mal einfach so das machen. Äh. Dann haben wir... Ach ja, genau. Das war das. Nein. Dann hatten wir... Mmh. Das. Ach scheiße, wie hießen das nochmal? So. Das war das. Oh fuck, Alter. Ich weiß da gar nichts mehr. Hatten wir noch. Ähm. Genau. Und. So. Okay, ich bin fertig. Wie viel fehlen mir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ey, geht gar nicht mehr klar, ey. Oh. Turtle Woods. Ja, da fängt's schon an. So. Ah. Den hast du schon nicht. Die ganzen Verfolger-Level gefühlt. Crash, Dash. Crash, Crush. Gar nicht eingefallen. Ähm. Plant Food. Sure or Later. Road to Ruin. Hab ich dran gedacht, aber weiß ich ja, doch hab ich. Ähm. Mir ist erst Ruination nicht eingefallen. Das hatte ich sogar noch vor Road to Ruin. Ähm. Pissed it away, genau. Ist auch mir auch nicht eingefallen. Deswegen hab ich auch erst die Jetpack-Level aufgeschrieben, wenn die beiden Level-Codes nicht eingefallen sind. Space-Out-Flicht, aber auch schwierig irgendwie. Ähm. Also das, das, das. Plant Food. Sure or Later. Pissed it away. Das sind sechs Stück. Hab ich da so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das passt. Gut. Ich schreib mir hier einfach mal rein. Minus sechs bei mir. Oh Gott, das war schlimm. Oh Gott. Ja, ungefähr drei Minuten, glaub ich. Ja, ich mach das mit dem Couture an. Das ging deutlich flotter. Aber gut, wenn man halt Crash 2 auch gespeedrunnt hat eine ganze Weile, dann ... Ja, man denkt, man kennt es, aber ich hab grad irgendwie kein gutes Gedächtnis dafür. Irgendwie so, dass das grad, ich kann das grad nicht gut aufrufen irgendwie. Ich kam mir auch zuletzt, als ich ein bisschen privat Crash 3 gespielt habe beispielsweise, kam ich auch mit den Mechaniken voll durcheinander, weil ich total gewohnt bin, einfach nur durchzustratzen, ohne irgendwas großartig einzusammeln. Weil ich so lange nicht mehr irgendwie 100% versucht hab zu holen. Total weird. So, Andy% reicht doch, hör mal. Dann können wir gleich loslegen hier mit Swords. Drei, zwei, eins, go. Jawoll. Dann ... Doch, das war ... Oh, ich hab das fast vergessen, wie das zweite Level heißt. Scheiße. Scheiße. Dann ... das war ... das ... oh, Gottes Willen, Alter. Ähm ... ähm ... ähm ... das ... dann kommt das ... äh ... pfff ... was das hier? Ich glaube, ja, müsste, oder? Dann, dann kam ... das ... dann ... was da ... äh, da bin ich mir jetzt so unsicher irgendwie. Ähm ... ähm ... mh ... mh ... äh ... mh ... pff ... Fuck! Das war das genau. Mein Gott. Äh, 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 äh. Mach ich das mal. Das, dann kam glaube ich Das Ähm Jawohl Dann haben wir Ihn Dann Boah Scheiße wie hieß denn das Dann mach ich erst mit das hier Äh Ähm Wie heißt denn Alter Ah so hieß das Das war's Dann haben wir den hier Ähm Ah Scheiße Ähm Dann haben wir Ähm Da Wie ich mir manchmal einige Level Namen merke So bescheuert Der fünfte Warproom Junge Der fünfte Warproom Hehehe Ah fuck Oh Oh Zwei Level aus dem fünften Warproom fehlen mir Das ist alles Äh Äh Boah wie heißt denn das jetzt Scheiße Das war das Dann Scheiße Fuck 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 Das war das Oh mein Gott Das gibt's doch nicht Ah Eins hab ich Dann Wie ist denn der andere Scheiß Ah Ich bin durch Ich bin durch Ja Mir fiel das Fluglevel aus Warproom 50 mal ein Mad Bombas Aber mir hätte jetzt noch Mad Bombas Cortex Und dennoch die im geilen Warproom gefehlt und sowas Und die extra Level Ja da macht die Schreibgeschwindigkeit viel aus Ja Aber Gone Tomorrow und Flaming Passion hab ich so ewig nicht gewusst Es gibt Also zu manchen hab ich eine ganz bescheuerte Assoziation Flaming Passion Da kommt mir nämlich immer Passionsfrucht in den Sinn Deswegen denke ich da so oft immer dran Also das klingt als wäre es jetzt so für mein Leben Nein Aber wenn ich an dieses Level denke Denke ich immer an Passionsfrucht Es müsste natürlich meine auch richtig sein Aber ich Ja Müsste eigentlich Ich schreibe mir die teilweise sogar eher halt nach nach Leveltyp auf Wenn es mir so einfällt Ich gehe da immer nach Warproom tatsächlich Das finde ich teilweise ein bisschen leichter Und ich hab mich da mit so Sachen schwer getan Wie Under Pressure und Boneyard Ja Boneyard hab ich zu oft vergessen Während Speedruns Sodass ich das mittlerweile Scheiße Sodass ich das mittlerweile drin hab Und Tell No Tales ist mir auch erstmal nicht eingefallen Ja Ach ja Ach Und Gone Tomorrow Da hab ich mich auch ein bisschen schwerer mit getan Jetzt kann es lustig werden mit den Kristall-Sammel-Aufgaben glaube ich Oh Gott ja Ach du Scheiße Ne Das werde ich nicht komplett kriegen Du darfst dann anzählen Alles klar Dann sag ich einfach mal Drei Zwo Eins Los Metabols ne Ja genau Ist die denn einfach nur so Ich glaube ja Oder dann das Dann haben wir Dann haben wir Dann kommt das Ich hab mich auch nur dran erinnern Dann haben wir Ähm Boah wie hieß denn das Gut Das werde ich jetzt mit diesem komischen Zeichen Darüber nicht Schreiben Ähm Was ist das Hieß das so Ich weiß es nicht mehr Ich weiß jetzt schon nicht wie das zweite Kristall-Sammel-Level heißt Das ist das Problem Ja das weiß ich Aber mir fällt das erste gerade nicht mehr direkt ein Ah oder Doch 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 das erste Müsste das eigentlich sein Mh Dann Kommen Die hier Dann gibt es noch Das Boah Ähm Boah was waren da noch Wie hieß denn das andere Scheiße Ich weiß gerade nicht Das sieht erst mal aus Ähm Dann kam Ja was fehlt mir denn jetzt Mh Oh Nein Nicht in eine Zelle schreiben Da hab ich das Da hab ich das Da hab ich das Die hab ich Oh 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 doch Ne warte mal Ne den hab ich ja schon Ähm Ähm Ach ja Das war noch Muss man das Dokument wieder ausblenden Weil ich seh das aus dem Augenwinkel noch Das ist noch offen Ah Wenn ich da nicht rüber gucke Äh Eine Strecke fehlt mir Aber ich weiß gerade gar nicht in welcher Ist das natürlich der Nachteil daran Mir fehlt noch viel zu viel Ach so ja Weil ich die Weil ich die Hab wir jetzt gar nicht drin hab Hab ich denn jeden Ach ich hab Der Oxid zählt mit Oder Zählt der Oxid als Boss mit Ja ne Ja natürlich Ja fünf Bosse Ja gut Dann bin ich fertig Alles klar Also jetzt Ja gut Oxidstation war nicht Autovervollständigung So Ne ich müsste jetzt eigentlich alles haben So Ich guck mal bei dir rein Ob mir vielleicht irgendwas auffällt Mir Mir ist das vierte Level In der dritten Welt Nicht eingefallen Das vierte Level In der dritten Welt Ja Ich weiß nicht in welche Reihenfolge das ist Aber Polarpass Hast du das Polarpass Genau Das ist übrigens Irre Strand Nicht Irrsinnsinse Stimmt Irrsinnsinse war aber anders Ne Das war bei Twin Scheiße Ja mit den Abwelten Und sowas Ja Ja Shadowfels Müsste richtig sein Genau Da war ich mir auch erst unsicher Im Torhof Ja genau Rutsch Arena Und Turbobahn War das dann Ah Okay Da war ich mir nicht ganz sicher Ach bei mir sieht man mittlerweile schon wieder gar nicht mehr alles Dann müsste ich langsam doch mal anfangen zu scrollen Für Crash Bash würde es jetzt passen Also bei Crash 2 war es auf jeden Fall deutlich besser Die anderen beiden Ja Ich bin halt den Schreibgeschwindigkeit unterlegen Ja ich hätte erwartet dass wir ungefähr gleich sind Aber Er hört sich so an Du bist da immer echt flott Ich kann auch ein bisschen langsamer tippen Aber Ich muss da Ist da ein Handicap hier Ja aufs gleiche Level kommen Das ist ja wie mit den Ladezeiten Muss man dann auch rausrechnen später Oder man macht das wenn man das nochmal mit was anderem machen sollte Dann tatsächlich so dass man einfach nur abwechselt das irgendwie sagt Und dann das so lange macht bis entweder das vollständig ist oder bis keiner eine Antwort hat Ja Das wäre auch funny Okay Crash Bash Bist du bereit? Ja Dann 3, 2, 1, los Hieß das überhaupt so? Ich weiß das jetzt schon nicht mehr Weil da war es glaube ich Plural sogar Ganz wieder Oh shit Dann hatten wir Ich meine zumindest das hieß so Und Das hier Dann hatten wir Boah also da gehe ich jetzt überhaupt nicht nach Reihenfolge Hieß das Oxid Level einfach nur Oxid Oder hat das einen Namen? Das hieß einfach nur Oxid Ja ne? Also Endpunkt Oxide oder so Stimmt die hätten das glaube ich sogar noch Oxide wirklich geschrieben Mit Ehen ne? Mhm Ja Dann hatten wir Wie hieß das? Das war bestimmt das Dann hatten wir noch Das Dann hatten wir Boah Boah Ich tue mir jetzt schon Schwer Hat ich das schon Das habe ich schon aufgeschrieben Ähm Ähm Also allein schon bei den Levin im letzten Warp Room Da kenne ich kaum welche Weil ich die fast nie gespielt habe Ich glaube Ich habe in meinem Leben noch nie alle Minispiele gespielt Ähm Gut damit fällt mir jetzt nur noch Daraus ein Ah Theoretisch Äh Äh Ja Äh 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 Wie hießen die Level denn nochmal? Nicht Logo Fuck Äh Eins hieß auf jeden Fall so Auch nicht Popo Äh Ja Dann gab es noch Das glaube ich Wie sind das nochmal? Oh Nee oder? Ah so Jo Anderes Wort Dann Ähm Ich brauche den ersten Warp Room schon Komplett vollständig Hatte ich denn schon Nee Da hatte ich dann nämlich gerade irgendwelchen anderen Geistige Geistige Einfälle Genau Die Müsste ich alle haben Ja sind halt diese Das Problem ist mir fallen gerade die ganzen Bär Level nicht ein Wie die hießen Wie hieß das denn? Das hieß aber doch nicht einfach nur Das hieß nicht Crash Dash Mh Boah wie hieß das denn? Das letzte Von denen Von denen Ach das gab es ja auch noch Stimmt Mit den grünen Viechern da Ähm Boah wie hieß denn das? Mit den Mit den Viechern Ja Jetzt habe ich es Okay Ja Ich bin fertig Ja okay Ich hab 20 Von 32 Was hast du denn so Crash Ball Jungle Jungle Ja genau die Bashes hast du alle Dot Dash Das ist mir Das ist mir nicht eingefallen Erst Ah Desert Fox Bitte mit einem S Sonst ist es ein Dessert Ach ja Mh Ja 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 Enblism ist es Ballistics ist diese Oberkategorie Ah Beachball und Sky Ja ich glaube Skyball ist sogar Skyballs Das hat mich halt so ein bisschen Ich glaube das ist sogar Plural Da bin ich mir auch gar nicht mehr sicher Ja Da fehlen noch so schöne Sachen wie Kakaboom oder Ja das Das sind doch so schöne Swamp Fox Weiß ich nicht Hattest du das? Ja Swamp Das war ja das im Sumpf Ja Mal falsch gesagt Genau Ja da ist mir nur Jungle Fox Das ist jetzt noch eingefallen Kakaboom war das mit den Edelsteinen ne? Ne das war Dragon Drop Kakaboom war das mit den Fässern Achso ja Stimmt Jo Wie hieß denn das mit den Delfinen? Das war's Blashtash Ach du Ja okay Habe ich überhaupt nicht drauf gekommen Und dann gab es noch Wirst du bald lernen die Leveln haben Meinst du wir kriegen das durch? Glaube ich ehrlich gesagt eigentlich nicht Aber mal gucken Jetzt hat noch eine Menge Glück ne? Ja Das stimmt wohl Zahn des Cortex So Wieder ein bisschen nach rechts gehen hier So Dann darfst du gerne anzählen Alles klar Dann 3 2 1 Los Pass hier gar nicht rein ey Ja das erste direkt sehr lange Sehr lange Ne Levelnabe Ich nehme es jetzt aber so Dann hatten wir Aber Boss dann halt schon der Name Und nicht das Element? Äh ja würde ich sagen Schon der Levelnabe davon Ähm Dann hatten wir Was habe ich denn da jetzt noch nicht? Äh wie hieß denn das noch gleich? Naja Und dann haben wir Ach genau so hieß das War doch ein schöner Name Nein Nicht so So da weiß ich nie wie rum es geschrieben wird Ich glaube so aber ich weiß es nicht Mh Fuck Scheitere ich schon daran Wenigstens Das habe ich schon mal Ähm Boah Also hier schreibe ich auch echt teilweise langsam Weil ich beim schreiben noch nachdenken muss Wie das Level eigentlich heißt Was hat man denn da noch? Äh Die Levelnamen sind hier aber auch Schwierig Vor allem oben Die finde ich schwierig Was hier? Oder unten je nachdem Gab es hier Das? Ne ich glaube nicht Ähm Okay ich gehe überhaupt nicht nach der Einfolge Das kriege ich auch nicht hin Ähm Ähm Was hat man noch? Das hier Ähm Hä was? Ach ich habe in der Mitte angefangen zu schreiben Ja das ist auch clever Deswegen war ich schon fast am Ende hier Ja ich wollte schon sagen Hä? Ähm Pfff Mh Ja wie heißt denn jetzt noch gleich? Was hat das denn nochmal? Ach genau Ach genau So hier ist das Was ist das denn? Dann haben wir noch Scheiße Hm Achso Ja ja jetzt Dann Ähm 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 Was war denn das nochmal? Ach ja Genau Warum mir das dann Ähm Warum mir das einfällt Komplett random Dann Ach du Scheiße Das habe ich ja gar nicht mehr im Gedächtnis Mh Auf jeden Fall sehr lustig Was ich hier die ganze Zeit für Gesten Oder Cortex Sie ist auch nur Cortex oder? Mh Ne Das hat ja irgendeinen anderen Namen Ich schreibe jetzt erstmal Cortex rein Das kann sein Showtime oder sowas Vielleicht sogar keine Ahnung Was in die Richtung Oh Da fehlt ja noch ein Boss Stimmt Scheiße Oh Gott Wie ist das denn nochmal? Ich kann mich an so viele Level Namen nicht erinnern Das ist schlimm Hm Ah Da gab es noch Ist das bei dir eigentlich auch so ein Durcheinander aus Englisch und Deutsch? Ja ich habe jetzt tatsächlich zweimal überlegt einen englischen Namen zu machen Aber ich habe dann direkt den Deutschen Ist mir eingefallen Ja Okay Also bisher sind es nur Deutsche bei mir Ähm Ähm Wie wird das denn? Ein Level fehlt noch Ach ja Wie hieß das denn? Also ich wäre fertig Du kannst gerne noch 10, 20 Sekunden länger überlegen Äh Nee Nicht notwendig Ich habe 19 Stück Uff Ja aber da sind noch Also gerade der obere Warbrum da Also der sechste Ist halt echt Schwierig finde ich Ja Das stimmt So allein schon das Ball Level weiß ich daraus nicht mehr Sonnenkirgelbahn oder Solar Bowler Ah Okay Darauf bin ich gar nicht mehr gekommen Ich finde Geisterstadt immer schwierig Das ist dieses Minen Level Das war das mit der Lore Ja Oh man Du überlegt Genauso wie heißt denn das zweite Level Mit diesem Vorschaubild Wo Crash vor dieser Vor diesem Sturm da wegläuft In dem Anzug Kisten und Feuerbälle Das war nicht Droid Void oder? Ja es gibt Kisten und Feuerbälle mit dem Anzug Das war das ja Ja Crates and Fireballs Das glaube ich einfach nur Ja Und deswegen bei mir ist das komplett durcheinander Bei mir steht in arktische Aktivitäten Aber den Bamboozled und Tornado Alley Und Wizard und Lizard Ja reingelegt Dann wieder Kompaktoreaktor Genau Muschelmätzchen Warte mal Kompaktoreaktor fehlt mir glaube ich Ah Ah Warte mal Was habe ich denn hier gemacht? Habe ich irgendwas Doppelt? Stimmt da wusste ich nämlich am Anfang gar nicht Was das Lawine Wie Warum fällt mir Tsunami ein Aber dann nicht Lawine Ja Okay Da bin ich jetzt mal gespannt Was habe ich denn doppelt? Oder habe ich irgendwas komplett da reingeschmissen Was da gar nicht reingehört Ähm Einfach ein Level aus Trinsanity Wie ich bei Mid-Irssens-Inseln Also irgendwie Korallenriff-Muschelmätzchen Habe ich das irgendwie doppelt vielleicht? Ne ne Hä 35 Es sind Warte mal Es sind 30 und 5 Bosse Ja Hä Hä? Also irgendwie Ja gut Sollten wir vielleicht auch nochmal durchgehen Jo Also Ja Können wir gerne machen Ich mach das einfach mal fest So Arktische Aktivitäten Dann haben wir Tornado-Bahn Genau Reingelegt Hexenmeister und Echsen Und dann eben das was ich nicht hab Vom Paktoreaktor Genau Dann vom Krollen Wie hieß Krollen im Gebirge Ach das ist Oder Hedrommel den Rotzen Wie du willst Hedrommel den Rotzen Ach ja So Dann Wo ist es? Dschungelgerumpel Das ist mir auch nicht eingefallen Danach müsste Muschelmetzen glaube ich kommen Das kann gut sein Ich verwechsel die beiden Tauchlevel immer Also Muschelmetzen ist auf jeden Fall das erste Von den beiden Dann glaube ich schon Miese Stimmung Ja und dann H2 Oh nein Fehlt jetzt nicht eins Ja Bonsai Bonsai fehlt noch mittendrin Ah genau Stimmt So und dann Rohrbruch Ach so hieß das Ja Alles klar Das einzige Level Was mir noch eingefallen ist Ist halt Crash wird zu Asch Das ist der einzige Boss Level Den ich ja im Kopf hatte So Dann geht's weiter mit Gauntlet Das ist Ähm 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 Spießhutendorf Ach ja Dann kommt glaube ich Tsunami Mhm Smoky und das Bandicoot Mein Gott So hieß das Genau das müsste Level 19 sein Das heißt in dem Warp Room hier Kommt jetzt erst noch Ähm Dieses Eis Level Eskimeroller Genau Die hab ich auch Äh ich glaube da müsste auch noch Ähm Da ist nochmal so ein Kompaktoreaktormäßiges Level drin ne Ne das müsste im vierten Warp Room sein Oder 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 doch Droid World ist das da drin Ja doch müsste Oder Ne aber nicht im dritten Droid World ist erst im vierten Ja Also Fahrenheit Verwirrung ist auf jeden Fall das letzte da Fahrenheit Verwirrung ist vierter Warp Room Echt? Ne Das ist Ende dritter Echt? Ende zweiter ist HZO9 Ende dritter ist Fahrenheit Verwirrung Und dann kommt Ähm Was fand das denn nochmal beim vierten? Irgendwas mit Gewitter Hab ich mir hier auch aufgeschrieben Wetterhöhen Wetterhöhen Jo Okay Atmosphärischer Druck ist dann der Boss Ah Okay So Kisten und Feuerbälle Droidenlehre ist ja klar Okay so Smokey und das Bandicoot war Level 19 Auch im vierten Warp Room Äh Lawine ist im vierten Warp Room Ähm Korallenriff 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 So Crash Steroiden ist noch im dritten Glaube ich Stimmt das war das Space Level mit Coco Das müsste das mittlere sein So Okay dann hätten wir Äh Als erstes Crash und Feuer Manchmal stellt mich die Kamera nicht ordentlich scharf Frech Dann Goldfieber Mittelalterliche Verrücktzeit Das Ja Ähm Cortex Vortex Wo ist es? Ja Kisten und Feuerbälle Und dann Kisten und Feuerbälle Und dann Cortex-Wirbel So Ja Genau und oben hat man dann auch Ritterzeit Geisterstadt Und wie hieß das Boss Level? Das weiß ich nicht Ich hab einfach jetzt mal Cortex hingeschrieben Weil ich nicht sicher bin Ob das einen Namen hatte Doch das war irgendwas mit Irgendwas mit Zeit Oder? Crunchzeit glaube ich Crunchzeit ja Genau Crunchzeit könnte es sein Ja Ja oben hat man halt Ritterzeit Geisterstadt Sonnenkegelbahn Eichstation Bandicoot Und Naturgewölten Also ich weiß grad echt nicht Was ich denn Eichstation Bandicoot Ist mir halt auch so random eingefallen Weil ich da wieder an diese Szene denken musste Von unserem Race Mh Und klingt wieder wie Sylvie Mace Hab ich da jetzt irgendwas doppelt? Ich versteh das nicht Oder hab ich das irgendwie falsch markiert? Ah ich Dödel hab's falsch markiert, oder? Ja was mach ich? Du sollst ja bis 36 gehen, oder? Bei dir Ja die 36 hab ich schon markiert Das ist ja falsch Hä ne Moment Ja doch Hä Was mach ich denn? Ne man muss ja plus 2 rechnen eigentlich Ne oder? Boah scheiße Haben wir das jetzt überhaupt immer richtig gemacht? Warte mal Die Anzahl plus 2 Was was das links angeht Ja da hab ich einfach 1 vergessen Okay alles klar Okay Ja kompakter Reaktor Kommt auf jeden Fall hin Muss ich aber nochmal schauen Dann kommt das hier auch ein runter Das einzige wo ich für mich noch einigermaßen irgendwie Land sehe ist Trinsenity und Tag Team Racing Ja ich bin mal gespannt So jetzt müsste es wieder passen Hab ich das bei Zornes Cortex falsch markiert Ja Uff Gar nicht so einfach hier Den Überblick zu behalten Ja Jetzt kommt eh die Katastrophe bei den Bossen Und den Sammellevel Oh Gott ja Du bist so gut wie nie gespielt Willst du anfangen In diesem Mal bist du ja dran Echt? Gut dann 3 2 1 Los Ähm Wie ist das denn nochmal? Naja Dann schreibe ich erstmal die ein Die kenne ich wenigstens Das hatten wir ja glaube ich nicht getrennt So Dann Ähm Oh Wie ist das? Ah Das war es Äh So Dann kommt Das hat auch noch existiert Dann Um Gottes Willen Was man das nochmal Was ist das? Das man überlegen Kann Ich glaube ich muss die meisten Sachen auch einfach aus Nitro Fuel ziehen Achja Das gab es auch noch Genau Gab es das Hey So So Jetzt fehlen mir noch die vier Sammellevel Krass Hm Fehlen auch so viel Ähm Das ist jetzt eine gute Frage Ich glaube die haben da auch sehr viel mit Bindestrichen gearbeitet Kann das sein? Kann sein Ich glaube das ist es nicht Aber ich schreibe das jetzt mal auf Ähm Tja Das gab es auch noch Ja Was gab es denn noch? Ja Okay da habe ich jetzt nur den englischen Namen Ich glaube so hieß eine Arena Aber ich weiß gar nicht ob das jetzt Ob das so hieß dann direkt Wo hat man das denn überall gesammelt? Boah Das ist schon Hä? Als ob das alles war was mir einfällt Ein paar Level und die Bosse So Gerade aus der dritten Welt Müsste ich eigentlich Doch diesen Diese Sammellevel kennen Das hat da irgendwie so einen ganz fregenden Namen gehabt Aber ich glaube das wird nix Stimmt das war immer nur Das war nicht immer nur drei Das war nicht immer nur drei Strecken Ja Oh Hast du die Hubworlds denn? Ne Das war ja gar keine Ahnung Wo doch bei einer Bei einer Weiß ich zumindest Bescheid Bei einer könnte es man ja schon durch die Strecke Eigentlich feststellen Shit Und was war denn da die dritte Strecke schon in der ersten Das war doch nicht das Das war doch erst die zweite Da ist man doch gegen den Herrscher getreten Ähm Ach dann muss es ja das gewesen sein Ach die Mein Gott Stimmt Ja Danke für den einen Tipp mit der Welt Ich muss mir echt diese Cutscenes aus Crash Nitro Kart wieder hervorrufen Damit ich die Weltennamen wieder weiß Berlin Genau Berlin Auf nach Phänomener Ne also die Level zum Sammeln Das ist Das ist doch zu hart Ohne sich das jetzt mal irgendwann angeguckt zu haben Ich meine du wirst sowieso schon mehr aufgeschrieben haben als ich Von daher Ja mir fehlen jetzt noch zwei Sammellevel Und bei den ersten beiden Das letzte gab es so Aber ich Hm Bei dem ersten bin ich mir überhaupt nicht sicher was es ist Aber Wie ist das so? War das Techni? Hm Ach du Scheiße Boah Hm Hast du denn schon alles aus Phänomener? Alles stricken? Ich glaube Ich glaube ja Thunderstruck Zeitlos Und Urwumper Hm Erinnerst du dich an diese Sammellevel? Ich weiß wie das aussah Ja ja genau Und den Namen habe ich keine Erinnerung Auch irgendwas mit Mit Zeit oder Donner oder sowas Denke ich mir die ganze Zeit Ich weiß es nicht wie das hieß Ich glaube das war sogar irgendwie ein Verb oder Adjektiv oder irgendwie sowas Hm Gegen die Zeit Nein Irgendwie sowas wie Ausgelöscht oder sowas Sowas in der Art halt sag ich mal Ja Ich glaube Baron habe ich dann auch vollständig mit Tiefseefahrt mit die Ohrschlucht und Baronruin Dann habe ich nur die vierte Welt glaube ich nicht ganz ganz vollständig Elektrostraße Androidenallee Was war das dritte? Welche Straße hattest du? Elektrostraße Okay Oder hieß die anders? Ne Aber es gibt noch eine andere Straße Ach die Fließbahnstraße Stimmt Wieder voll gesabbert hier Richtig Aber dann bin ich trotzdem gerade mal bei 23 Also mir fehlen jetzt eigentlich glaube ich nur die vier Arenen Ja Also ich meine das in Technik hieß Magnetomanie Aber Das klingt auch irgendwie vertraut Das ist auf jeden Fall Arenenname Aber ich weiß gar nicht ob es Ingame so hieß Bei Terra weiß ich nicht Terra-Drom Terra-Tempel Irgendwie Irgendwie sowas Aber Terra Ja stimmt Das war die Welt Das war die Welt ja Also ich weiß so lange so echt nicht mehr Ich bin weiter Da muss ich aber auch irgendwas Doppelt haben jetzt oder? Was hast du denn jetzt so bei Velo? Hast du jetzt Ach ne ich hab 23 Ähm Ne ich hab die Die Velo-Zitadelle und Hyperstraße Ja okay Ja weil ich hätte ja mal gesagt Velo-Gewölbe gibt's ja theoretisch auch noch Was dann halt dann zu Velo-Zitadelle zusammenfassen Ja Stimmt Das ist Das ist der Ort wo die Äh Edelsteinen Rennen sind Stimmt bei CTR ist mir jetzt Edelsteintal auch gar nicht eingefallen Ja bei dir sind jetzt 22 So das heißt da fehlen 5 Ja Hattest du das Doch oder Edelsteintal hast du bei CTR Das hatte ich ja genau Ja Dann fehlt dir aber ja noch irgendwie eine Strecke Oder ein Boss Wobei Bosse nicht Ja Eine Strecke müsste dir fehlen Erste hast du komplett Zweite Hast du Auch Dritte hast du Und vierte Hä Was fehlt Moment So ich hab Bis hier hab ich 23 So So Hey Ich hab jetzt ja abgesehen von den Von den Äh Arenen auch 23 Achso du hast Stimmt du hast Du hast Terra hier noch nicht dazu geschrieben Jetzt ja Genau Naja genau Okay Achso Wurde noch nicht aktualisiert Jetzt weiß ich nicht Ob man das halt so ohne weiteres In meinem Wiki findet Wie die denn heißen Okay Tempeltumult Frostraserei Wüstensturm Magnetomanie Okay Wüstensturm Und Tempel Gedönster Wär mir nicht eingefallen Bei Frost Dachte ich mir schon irgendwie so Irgendwas mit Frost Vielleicht Naja Ne Die sind zu abwegig Frostaltar irgendwie einfallen Aber ist das nicht von Sparrow 3 oder so Ja Wo man gegen Bentley boxen Ah ja Und die Und diese Pinguine mit dieser Unangenehmen Stimme im Englischen Ah ja Meine Güte Gut dann To insanity Let's go Alles klar Ja dann sag ich mal Drei Zwo Eins Los Oh shit Jetzt hab ich da oben reingeschrieben Shit Oder Ne Ne Hieß das so Hieß das genauso Nein oder Ich lass es jetzt erstmal drin Ähm Ähm Kacke Ich mach hier jetzt auch Komplett wieder durcheinander Gut Ah ja Bosse Bosse kommen ja auch noch Ja Ähm 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 So Dann haben wir mal Das Ähm Was zieht ihr da noch mit rein Äh Äh Zäh Zäh Ich glaub der hieß War das der Name War das der Name Nee Save nicht aber Was anderes fällt mir gerade nicht ein Ähm Acht Bosse waren das Gut Ähm Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Perfekt Ähm Dann hatten wir Ja Das auf jeden Fall noch Hm Dann hatten wir Ich bin ja auch schon wieder so am Wechseln zwischen Deutsch und Englisch Hm Schlimm Ähm Oh Gott wen hatten wir denn noch Ach du Scheiße Ja die war ja auch noch existent Äh Äh Ähm Ja wie hieß das denn Das ist doch gar nicht so schwer Huch Gut so was wird eingeflossen hier Dann Das weiß ich doch immer Äh Das war das Dann hatten wir Das Drei fehlen mir noch War es so viel Ähm Dann hatten wir Was gab es Da müsst ihr mir doch eigentlich Ach nee Hab ich Hab ich Was gibt es denn da noch Oder Heißt das einfach so Niemals Da fehlt mir gerade irgendwie Komplett was So das war das Mein Gott Doch es gab doch glaube ich Noch das hier oder Doch das müsste es noch Gegeben haben Äh Äh Na das Wie ist das denn Das kann doch nicht wahr sein Und dann äh Das Ähm Ja mir fehlt eins Eins fehlt mir Mir auch Scheiße Das weiß ich bei allem immer Ich Beziehungsweise Es kann auch sein Dass ich ein paar Falsch habe Ähm Ja Da bin ich mir gerade Nicht sicher Ah Mann Ich hab's Mann Wie heißt denn Dieses Dome Level Okay ich hab alle Welches ist es denn Worum geht's Mir hat das Rolllevel gefehlt Am Anfang nach Mecha Bandicoot Höhlenhölle Fuck Ich bin auf Tiki Tovabu Ne Totem Tovabu Heißt es Nicht Tiki Ich hab Tiki Tovabu Eingetragen Totem Tovabu Wie ist das Totem war das So Was heißt Hier Insanity Island Ja Dschungelboogie Ja das ist die Strecke Aus CNK Deswegen da war ich Jetzt nicht sicher Wie hieß denn das Ne aber ich weiß nicht Wie es im Englischen heißt Im Deutschen müsste es Dschungelfieber sein Ah Aber ich weiß nicht wie es im Englischen heißt Tatsächlich Das kann ich ja mal kurz Jungle Rumble Irgendwie Ne keine Ahnung Jungle Rumble Glaube ich sogar tatsächlich Aber vielleicht Hab ich das doch gerade aus einem Komplett anderen Franchise Irgendwie Ich weiß es nicht So Ah ne Jungle Rumble war Crash Crash Sounds Cortex Äh Tadadah Tau mal hier Ich will jetzt keine Story Beschreibung Ich will Level Namen Mega Bandicoot ja Hä Ich hab mir auch einfach Cortex aufgeschrieben Für den ersten Boss Weil Ja gut man kämpft noch gegen Cortex Teilweise das stimmt schon Ja Ja Ist okay Aber Das Das Walros Walros Chase Gedöns Das ist aber eigentlich auch kein Level Das geht ja noch zu Hochsi Hokus Pokus So hieß das Ah Mir ist nur eingefallen Ja Ein Schlachtschiff Ich seh's hier Was hatte dir jetzt gefehlt Die Höhlenhäle gefehlt Dann muss ja noch irgendwas jetzt fehlen Ähm Akademie Hattest du Ja Bandicoot Jörg Ja Steinschlagstress Eis Eskapaden Genau Hattest du das beides Ja Rockslide Rumble Und Slips Light Escapade Ach das ist das Okay Hm Stimmt Ja gut Ja gut Du hast Insanity Island Twin Sanity Island Ja ich weiß jetzt nicht wie es im Englischen heißt Das ist halt Insanity Insel Und Irrsinn Insel Ja Stimmt Hm Ja Dachdrama hast du auch Klassenzimmer Chaos Äh Heizkalei Kaka hast du auch Die Kummern Heißes Eis Eislabor Boah ich weiß gerade UKUK Fehlt mir tatsächlich Ja gut Ja gut Den haben wir gefunden Es ist aber auch mal unübersichtlich Ja Das stimmt wohl Man denkt man kennt alles Ich hätte auch nicht gedacht Dass das länger geht Als unser Taylor Video Damals da Das ging ja irgendwie eine Stunde Oder Stunde 10 oder so Ja Oder ging das auch Ja Das war gerade bei einer Stunde 6 Ja CTTR Wird wild Das kann interessant werden Ja Ich habe aber gar nicht mehr so viel Zeit jetzt Also Wir müssen uns ran klotzen hier Mit CTTR Jawohl Dann bist du wieder mit Anzählen dran Lass ich jetzt mal die Uhr weg Drei Zwei Eins Go So So Wie heißt denn Äh Oh Wie hieß denn das nochmal Shit Wie ist die erste Welt Äh geil Gehe ich erstmal ins Strecken Naja Ich auch Manche Namen sind aber auch so bescheuert Äh Dann haben wir Boah Was waren das nochmal Ähm Es gab ja pro Welt auch nur drei Rennen Direkt ne Ja Alles klar Dann hatten wir Das hier Ähm 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 Ach die Scheiße Scheiße Was waren das nochmal Was waren das nochmal Ach genau Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was war das denn Nee Nee Das war die Oder Nee Quatsch Das war das andere Oh fuck Fuck Boah Boah Okay Ähm Ach ja Scheiße Ja das wird jetzt langsam schon ziemlich kritisch Mh Hm Dann war Wie hieß Oh Gott Das Scheiße Das war aber ja nicht da Ach keine Ahnung Ähm Ich kann mich nicht mehr an den Namen der Arenen erinnern Achso nee Die sind auch nicht mehr drin Achso Die sind gar nicht mehr drin Fällt mir auf Wir hatten nur Hubs und Strecken Ah okay Ja gut Das wärs ja dann am besten auch die Minispiele mit rein Ähm Die Arenen wüsste ich auch gar nicht Kenne das wohl kaum Land Aber sonst Stimmt Das war die Stunt Arena Im Happily Ever Faster Ja Ist das einfach nur Ist das einfach nur so Die Happily Ah Ja gut Das darf ich nicht Natürlich nicht vergessen Ne Ne Ich glaub das hieß übrigens nicht so Sondern So Und Ähm Boah Was war das denn nochmal Er ist ne Hilt schon Ne 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 Und Ich glaub das gehört Die dritte Strecke Irgendwas mit Ah den hab ich auf jeden Fall noch Was war denn da nochmal der Name Scheiße Ist der so Ne Ich schreib den trotzdem einfach mal so auf Was gab's denn in der Welt eigentlich Ich hatte eine Strecke Aber die Namen waren glaube ich alle recht ähnlich Meinst du das Weltall Land Ne Das davor Achso Aber ja im Weltall Land sind auch alle irgendwie gleich Wenn ich da nicht einen Fehler gemacht hab Wow that's a lot of Uranus Das ist eine Menge Uranus Hast du denn der Welt davor irgendwie schon alle oder Ne Ich hab eine Ich hab's Ich meine einen zu haben Ich weiß aber nicht ob der richtig ist Bei mir bin ich zwar sicher Aber mir fallen die anderen gar nicht ein Äh Mir fehlt auch eins aus der zweiten Ich glaube aus der zweiten hab ich alle Aber aus der ersten fehlt mir was Ah Was gibt es denn da Ich meine theoretisch wenn ich jetzt so ahnen würde Du hast vielleicht wenige jetzt Ich könnte jetzt auch einfach sagen Benden machen Ich bin fertig Zusammenziehen will ich jetzt ehrlich gesagt eh nicht mehr Das ist ein bisschen wild Ich hab halt nicht mal den Namen der ersten Welt Der ersten ersten oder der Ersten wo man die Rennen fährt Der ersten Rennenwelt Ah ok Das wäre Mystery Island gewesen Ja Stimmt Ah Gott Midway hast du aber wahrscheinlich Midway hab ich ja Die anderen hab ich auch alle T-Rex Der Player war fast Astraland Toomtown Tyrannosaurus Rex ist mir erst sehr spät eingefallen Ist mir erst zweit Weil ich wusste da war irgendein Pann Und äh Muss ich erstmal drauf kommen Willst du noch weiter überlegen? Oh Mir fällt es jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr ein Ok Was soll man denn den ersten Welt bestrecken? Äh da haben wir einmal Tobotiki Ich hab Tiki Piraten Ja Tobotiki ist glaube ich richtig Oder? Oh Keine Erde Ja Und dann haben wir Piraten der Katalysatoren Ja das hab ich auch Und die Tiefseetauchfahrt Das war in der ersten Welt? Ja Ah ja Ja das ergibt Sinn Ja ja okay okay Ja Dann packen wir das da hin Ok zweite Welt Im zweiten war Radkäppchen Mhm Und Böse Tee Da ist mir das zweite nicht eingefallen Da hatte ich erst Wunderbomben Aber ich glaube es heißt Zauberbomben Zauberbomben Das war es genau So und jetzt hab ich genau zwei von den nächsten zwei Welten Also jeweils einen Ich hab nur eine von der dritten Und zwar Fossilien Fiasko Ja ich auch Ich hab irgendwas noch mit Fuel im Kopf Aber ich hab keine Ahnung was das gewesen sein könnte Vielleicht war es auch irgendwas mit Fossilien Und irgendwas Weil da hab ich die englischen Namen tatsächlich überhaupt nicht vor Augen Weil ich mir dazu nie irgendwie großartig was angeguckt habe Die Camplack hat ja trotzdem Was soll denn das? Ja dann gucken wir doch mal was denn da bei Tag Team Racing so steht Oh Gott oh Gott oh Gott Tag Team Aber ich musste mir da auch immer so die Texte von Chick und Stu und so Ja die hab ich gar nicht präsent Das Radkäpchen Zauberbomben Und die gnadenlose Böse Teergrube und Feuerstein Oh ja Stimmt Oh bei Feuerstein wäre ich ewig nicht drauf gekommen Teergrube vielleicht noch Was hast du bei Tombtown? Äh ja bei Tombtown hab ich Tombtown Und ich habe überlegt ob eine von den Strecken Mumien Track hieß oder so Mumien irgendwas Ähm ja mit Mumien irgendwas Mumien Megamumie oder? Miau Genau Ich habe den Pyramidenpass Da bin ich mir sicher Ah Gute Strecke Yo Megamumie und der Todestrack oder Todestrack oder wie auch immer Genau Ah dann habe ich das einfach vermischt Ah Okay Ja ein Astroland Genau Ringe des Uranus und Krater des Uranus hatte ich da Und Uranus Mine Ja Ja das war das noch Oder Uranus Mine steht hier im Wiki Aber ja Dann hatte ich die auch alle Ah ja aber Welt Welt 3 und 4 Die sind dann doch irgendwie auch zu unbedeutend Ja Die sind halt auch thematisch so viel zu ähnlich so als dass man die krass Also ich meine gut hat eigentlich jede Strecke so ein bisschen außer vielleicht die Ja wobei auch die erste Welt eigentlich eigentlich alle sind immer recht ähnlich Die haben halt alle sind sehr ähnliches Theme ja Die ersten Sachen bleiben einen halt eher in Erinnerung weil man sie halt öfter spielt wenn man es anfängt ne Ach ja Ja war wild War wild auf jeden Fall jetzt gerade gegen Ende hier Aber bei Crash 2 hätte ich mich eigentlich besser eingeschätzt Und ja Bei Twinsenity war auch irgendwie ein bisschen schwieriger Crash 2 war aber auch das Einzige wo ich mal die Nase vorn hatte Bei einem anderen habe ich verschissen Ich glaube aber bei Crash 1 und 3 würde ich sagen da hätte ich es geschafft wenn wir eine ähnliche Schreibgeschwindigkeit gehabt hätten Aber gut bei Crash 2 hatte ich auch 6 weniger dafür Also da warst du deutlich besser Meine Güte Aber es war spaßig Auf jeden Fall Finde ich cool Vielleicht kommt es ja irgendwann noch zu einer Revanche Ja vielleicht Jetzt brauchen wir nur noch jemanden der sich irgendwie mal Crash Fragen ausdenkt die sehr spezifisch sind und die uns dann irgendwie zusammenstellt oder so Ja weil wenn einer von uns das macht dann ist das so ein bisschen lame Ja vor allem weil das dann auch erstmal wieder jemand finden muss der so ein ähnliches Knowledge hat dann zum beantworten Eben Bei uns ist es eigentlich ganz gut glaube ich so So was wie nenne mir die ersten Worte von Akku Akku aus Crash 2 und Sanity Ja Ich bin's Akku Akku Theoretisch ich glaube von dem der zumindest gut was weiß und der das Wissen dafür hätte Ein Quiz aufzubauen oder wahrscheinlich Max würde ich sagen Also Max Mach mal Ja das ist schon geil mal sowas So quasi so ein Teste dich oder wie die Seite auch immer hieß Nur halt wirklich mal Expertenquiz Ja genau Also falls da jemand Bock und die Zeit dafür hat Das zu erstellen Dann sag dem Niklas gerne Bescheid Oder auch dem Rick wie auch immer Oder auch mir ja Wer gerade erreichbarer ist Ja Jo Vielleicht wiederholen wir sowas ja irgendwann mal mit Spyro oder so Oh Gott Da bin ich ja glaube ich deutlich weiter hinten Das müsstest du wahrscheinlich immer mit dem Playser machen oder so Ich glaube der Der stampft mich in Grund und Worn Der Mann Ja aber da bin ich halt auch nur in Teil 1 bis 3 eigentlich einigermaßen konform Bei Teil 3 wird es teilweise schon schwierig Weil den habe ich nur zweimal durchgespielt Ja gut habe ich den krass viel öffentlich gespielt Ich glaube auch nicht Aber Ja doch dreimal Let's Play, Let's Replay und Reignited Aber das ist es dann noch Aber Teil 1 und 2 gehen einigermaßen klar Allein wenn ich jetzt an Artisans denke Habe ich ja schon ein Loch im Kopf direkt Stonehill, Sunny Flight Vor allem wenn man nicht so konform in den ganzen Sachen ist Und dann die deutschen Titel noch aus der Reignited hat Dann vermischt sich das auch noch alles Und das ist dann ganz schlimm Ja das stimmt Das stimmt Town Square gibt es denn auch noch Da komme ich aber immer durcheinander Es gab Dark Hollow und Dark Passage Ja das Dark Hollow müsste in der ersten gewesen sein Genau Dark Hollow und Dark Passage war dann später bei Dreamweaver War es glaube ich sogar Das war doch glaube ich das Level ganz rechts Wenn man in die Welt kommt Ja genau Ja aber selbst da wird es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen löchrig bei mir Wenn ich mich nicht vorher irgendwie vorbereite Ich hatte ja erst überlegt Ob ich vielleicht teilweise bei Zaunus Cortex oder so Nochmal in die Reihenfolge gucke Aber dann dachte ich mir Nee komm wird schon irgendwie funktionieren Ja ist am spaßigsten Wenn man da nicht nochmal zusätzlich nachhilft Habe ich auch nicht gemacht Außer halt bei Sachen wo man wirklich denkt Man weiß gar nichts Da nochmal drüber zu gucken ist glaube ich nicht verkehrt Ja also diese Diese CNK Spielchen da zum Beispiel Ja diese Boah die Arenen Das hatten wir ja jetzt Tempeltumult Frost Da fängst du schon wieder an Ich weiß es schon wieder nicht mehr Frost alter Frost Raserei Ja Dann irgendwas mit Sturm glaube ich Oder? Oder nicht? Magnetsturm? Nee Magnetomanie war das Magnetomanie ja Irgendein Sturm glaube ich Wüstensturm Ah Aber das ist auch schon wieder Halb vergessen Also Die sind auch so Nichtsagend die Levelnamen Für mich irgendwie Kann man wahrscheinlich über alles sagen Aber Nee Je nachdem was man für eine Verbindung Dazu hat Ja In meinem Fall ist die zu 10K Nicht so sonderlich groß Bei mir auch nicht wirklich Gut gut Dann Beende ich jetzt immer das Video Danke dir fürs Dabeisein War auf jeden Fall sehr Spaß Sehr sehr gerne Gar nicht mal so spontan diesmal Für unsere Verhältnisse Das stimmt Wobei meine Anfrage aus dem Nichts kam Gut aber dann hatten wir es ja nochmal Während deines Streams Bequatscht Ja Ja genau War ja fast ein bisschen Vorbereitung drin Das stimmt Ja Vielleicht gibt es ja noch Irgendwelche anderen Formate In dieser Richtung Wer weiß Wer weiß Aber Worüber habe ich sonst so viel Wissen ESC vielleicht Aber da finde ich niemanden Der darüber mit mir redet Lädst du dir Guido Horn ein Ach nee Ich kann mal einen Fresh Dog oder was nicht einladen Ach nee Jo Dann eben Bis demnächst Vielleicht Ciao Jawohl Ciao Ciao